Hier! Hier! Hallo, wohin des Weges? Ich muss mich hier anlehnen. Wir haben Eddie Kante hier bei uns, Kiez-Urgewächs und Mitglied der Olivia-Jones-Familie und sitzen vorm Cowboy und Indianer. Das ist nämlich einer deiner Liesingsplätze. Warum? Weil es hier schöne Livemusik gibt und schön laut, wirklich schön laut. Das ist so laut, dass du dich dann da drin nicht unterhalten kannst. Das heißt am besten hier sitzen. Ja, wenn du es gehalten kannst, kannst du reingehen, aber ich sitze dann immer hier. Weil die Lautstärke, die hier ankommt, reicht mir. Aber du weißt schon, dass du dich bei uns im Talk-Dot unterhalten musst. Ja, ja, deswegen. Also keine Musik. Ja, logisch komme ich. Ich werde euch noch ein bisschen über Olivia erzählen, was ich da so mache, meine Touren. Und wenn ich dich mit Worten erobern will, kann ich das hier machen oder im Talk-Dot? Wie du möchtest, aber ich sage dir gleich, ich will erobert werden. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Oha, das wird was. Das wird noch spannend. Eddie Kante bei Talk-Dot. So eine lange Dürre. Man munkelt, man weiß nichts Genaues. Aber ich bin dabei.